Grün, Blau, Gelb, Rot. Ihr habt eine Playstation, die genau diesen Fehler verursacht und ihr wisst nicht, wie ihr hier weiterkommt. Ich zeige euch, wie man das löst. Bis gleich. Moin und wie geht's? Willkommen auf meinem Kanal. So Leute, hier haben wir eine Playstation 3, das ist schon eine der nächsten Generationen. Also es ist nicht die Fat Lady, die allererste, sondern das Modell danach. Also man kann hier die Klappe auch aufmachen. Aber der Fehler trifft bei diesen Modellen sehr oft auf. Wie ihr seht, ich habe jetzt so... Das, was ich euch jetzt zeige, habe ich an der hinteren Playstation schon durchgeführt und die hintere funktioniert auch. Ich habe gestern auch FIFA 15, hier liegt es, darauf gespielt, testweise, um zu sehen, ob sie irgendwann abschmiert oder irgendwelche Fehler verursachen oder entstehen. Nichts ist passiert. So. Wir schalten mal komplett mal aus. Wie ist das für den Strom komplett abgeklemmt? Ich mache die jetzt mal an. So. Wie ihr sehen, rote LED. Na, komm. So. Eben wollt ihr die Playstation 3 die Ein- und Aus-Taste nicht annehmen. So. Ich drücke jetzt mal, schalte ein. Grün, Blau, Gelb, Rot. Wie man diesen Fehler beheben kann, das zeige ich euch gleich. Dazu müssen wir die erstmal ausschalten. Von allen Sachen erstmal lösen. Also, Kabel. So. Was wir für diese ganze Prozedur brauchen, ist, für später brauchen wir auf jeden Fall einen Playstation 3-Controller mit USB-Kabel. Also, ein Spiel, was wir zum Testen später benutzen können. Am besten ist es, immer ein Spiel zu nehmen, was man, sag ich mal, entwerten kann. Also, sprich, wenn es mal kaputt gehen sollte, wo man sagen kann, okay, das ist nicht die Welt. Beispiel, in diesem Punkt habe ich mich jetzt für FIFA 15 entschieden, weil das Spiel kriegt man hinterher geschmissen. So. Was wir dann brauchen, ein Fernseher, wo wir das einschließen können. Stromkabel. HDMI. So. Was wir noch brauchen, sind Werkzeug. Kleidschaumzieher und ein Flachschaumzieher. Schlitz. So. Ich gucke mal. So. In der Regel, muss man hier an der Seite aufmachen. Na, komm schon. Hier ist entweder aus Plastik oder aus Gummi so eine Abdeckung. Die holen wir mal raus. So. Da ist die Übeltäter. Na, Kamerafokus. Nee, will nicht. Müssen wir weiter weg. So. Hier drin ist die Schaube. Da müssen wir erstmal reingucken, was für eine. Okay. Stern. Guck mal. Manchmal kann man auch Schlitz nehmen. So, wir drehen. Erstmal eine Schaube. Lösen das. Was man sich auch noch besorgen sollte, ist am besten ein Behälter oder eine Plastikschale, was klein ist, wo man die Schraube ablegen kann. Ich gucke mal. So. 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 Die erste Schraube, die legen wir zur Seite. So. Die obere Klappe, also diese Abdeckung hier, die schieben wir nach vorne und holen sie einfach raus. Jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Schrauben, die wir lösen müssen. Das sind lange Schrauben, das Gehäuse, die halten aber auch die Platine fest. Und da, er sagt schon, das Blu-Roy-Laufwerk wird auch damit fixiert. So, da haben wir noch eine, noch eine, noch eine, noch eine, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- gestern zu erwähnen ist ein Backofen. Worauf wir achten müssen ist auch die Schaubel sind unterschiedlich groß. Also die ganz rechts hier in der Ecke ist ziemlich klein. Daher legt man sich die am besten so parat, dass man weiß nachher wo die ist. Also was wir noch brauchen ist ein Backofen, den wir auf 200 Grad erhitzen, weil das Motherboard, sprich die Platine der PlayStation 3 werden wir backen. Ein vorzügliches PlayStation 3 Rezept kommt am Ende heraus. So die eine Schraube ich hier will nicht ganz alleine herauskommen, also müssen wir ein bisschen nachhelfen wie dem Knotsch, den Schlüssel am Ziel drücken, von unten bis entgegen und drehen. So, na, das finde ich schon wieder, na komm. So typische, na, ziemlich widerspinzig. So, da haben wir den Übeltäter. Hier an der Seite, muss ich mal auf die Kamera gucken. So, hier haben wir eine Plastiköffnung. In der Regel ist hier die Festplatte drin. Diese PlayStation 3 hat keine. Ich habe die so übernommen. Gut. Von hinten drücken wir nach vorne und somit öffnet sich schon mal das Gehäuse. Das legen wir schon an die Seite. So, als nächstes was wir machen ist ganz einfach. Wir haben hier jetzt die PlayStation 3 vor uns. Das Netzteil. Bei jedem PlayStation 3 gibt es unterschiedliche Netzteile, die nicht immer identisch sind. In diesem Beispiel ist eins aus Metall verbaut. Da ist sogar dieser Anschluss ganz anders. Der ist breiter. Auch die Laufwecke haben sich auch geändert. So, was wir hier jetzt machen ist ganz einfach. Erstmal klemmen wir hier. Zack. Das Kabel ab. Das Kabel. So. Guck mal da. Gut. Wir heben das Laufwerk an. Okay. Gut. Bei diesem Modell war das so, war der Flachband, also diese Kabel hier für Datenübertragung bis hier vorne hin. Ich konnte es rausziehen. Dieses hier geht genau unter das Netzteil. Das heißt, ich muss erstmal das Netzteil aufschrauben. Dazu lösen wir hier eine kleine Schraube. Na ja, so klein ist sie auch wieder nicht. Dann, so. Einmal hier. Und hier sind zwei Stück. Inklusiv der Masse für das Kabel. Also für das Massekabel wird die Schraube auch gleichzeitig gelöst. So. Na komm. So. Wieder so eine Schraube. So. Weil wir müssen die Platine hier komplett ausbauen. Zerlegen. Ups. Und dazu ist zum Beispiel das Massekabel mit dem Netzteilstecker verbunden. So. Na komm. Das ist die einzige Schraube, die so eine Form hat. Kann man sich leicht merken. So. Hier hinten ist ein weißer Stecker. Den drücken wir hier drauf und ziehen raus. Wir auch nicht. So. So. Das Netzteil hat hier an der Seite nochmal zwei Schrauben. Wie gesagt, jede Playstation 3, die ich bis jetzt hatte, ich hatte bis jetzt vier Stück. Und da waren die Netzteile unterschiedlich. Und der, sag ich mal, einen Ausbau oder Ausbau und Einbau war auch unterschiedlich. So. Was man auch machen kann, um sich zu merken, wo welche Schraube hingehört, man macht sich ein Foto mit dem Handy. Ist auch eine gute Möglichkeit. Okay. Na. Warum will der nicht? So. Da haben wir es. Es ist so. Bei dem Playstation 3, also bei dem Playstation 3, da hinten, bei diesem Playstation 3 ist das so, dass Beispiel diese zwei Kontakte zur Verbindung zwischen Netzteil und der Platine auf der Seite sitzen. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. Wollt euch noch mal gucken, ob ich da noch eine Platine habe, die dann offen ist. So. Hier ist, aha, aha, da hat jemand schon rumgespielt. Also hier ist der Datenträgerkabel, so. Wird mit so ein Stück Plastik fixiert. Das legen wir uns zur Seite, wie wir es noch brauchen. Hier ist ein Kabel für den Lüfter. Den klemmen wir mal ab. So. Hier ist ein Bauteil. Das lösen wir. Hier befindet sich ein Kabel, was mit dieser Platine hier verbunden ist. Das können wir dran lassen. Also wir werden das komplett mit der Platine dann lösen. Hier haben wir die Abdeckung für die Festplatte, die einfach ein, zwei Schrauben lösen, rausnehmen. So, da, da, da. Gut. So, das schwingen. Packen wir mal hier rüber. So. Wir lösen das Kabel. Und jetzt lösen wir die Platine. Ich hoffe, ich kriege die Platine so raus. So. Dazu eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht Schrauben, rundherum. Und die vier in der Mitte. Erstmal die äußeren. So. Ups. Kann man auch passieren. Noch eine Schraube. Da, 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 da. Ah, okay. Ähm. Hier. Ich kipp die mal. Zack. Das hier, was ihr hier seht, ist ein Akku. Er ist hiermit verbunden. Den können wir komplett rausnehmen. Bei anderen Platinen ist er, zum Beispiel, sitzt er in einem Sack und drehen, müssen wir den einfach nur rausnehmen, bevor wir den in den Back aufschmeißen. Blöderweise habe ich jetzt einmal geschafft, wirklich die Platine mit dem Akku zu backen. Ja, der Akku ging auf, Platine ist heilig. Das war von der Playstation da hinten. Da war es so zu spät. Wie es dazu kam? Ganz einfach. Ich habe die Platine auseinandergebaut, alles vorbereitet und habe ehrlich gesagt nicht mehr drauf geguckt, weil der Akku von unten saß. Dann habe ich die, ähm, auf so ein Holzbrett gelegt, in den Backofen geschmissen, für 10 Minuten und irgendwann fielen wir dann, ach verdammt, ja, die Platine hat doch einen Akku. So, das haben wir gelöst, das haben wir gelöst, das kommt da hin. So. Was man sich noch besorgen sollte, ist auch zu empfehlen, ist eine Wärmeleitpaste. Ihr braucht hier keine super spezielle. Manchmal, ja, könnt ihr in irgendeinen, ähm, Computerladen gehen, wo Computer repariert werden sind, mal fragen, ob diese Wärmeleitpasten übrig haben. In der Regel, gebt ihr denen vielleicht einen Euro als Trinkgeld oder so und, oder 50 Cent, nicht, falls ihr was verlangt, dann ist es okay. Lasst euch da aber nicht für, 4 Euro oder so eine, so eine Pasta da auf. Auge drücken. Jeder Computerladen, der Computer zusammenbaut, ähm, hat solche Wärmeleitpasten übrig, in Massen, also ich habe in der IT-Technik gearbeitet und wir hatten, also Wärmeleitpasten mehr als Übrigens, wenn uns mal jemand gefragt hat, ob wir welche haben, haben wir den, äh, so gegeben, die haben uns, weiß ich, 50 Cent oder einen Euro als Trinkgeld gegeben und fertig. So. Die Klammern hier, haben wir jetzt gelöst, die werden mit solchen Schaum dann befestigt. So, jetzt gucken wir mal so, na komm, so, ups, so, hier ist der Akku, so, legen wir an die Seite, gut. Jetzt hoffe ich, dass die Platine, so, der Vorteil ist, so, die obere Platine, ah ja, ich meine, die obere Abdeckung haben wir jetzt gelöst. In der Regel lässt sich jetzt eigentlich das komplette Gehäuse jetzt rausnehmen, ah, aber diese, hier will das nicht. Äh, doch. So. Aha. Hier sieht man, hier hat schon jemand, äh, rumgespielt. Woran erkenne ich, hier ist keine Wärmeleitpaste drauf. Da hat jemand das schon abgenommen. Bevor wir die in den Backofen tun, sollen wir erstmal nochmal gucken, weil manchmal sind solche Puffer auf der, äh, auf den Chips noch drauf. Die legen wir an die Seite. Merken uns, wo die hinkommen. Ah, komm. Das ist keiner, das ist keiner, das ist auch keiner. Weil das Problem ist, wenn ihr das mit in den Backofen packt, wird euch das passieren, dass die Dinger dann anfangen zu brennen. Also, jetzt nochmal gucken, ob ich irgendwo noch was ist. Äh, hier. So, auf den HDMI, war auch noch nochmal so ein Puffer-Stück. Ich bringe hier in die Seite, nochmal kontrollieren. Na ja, da hat jemand hier schon rumgespielt, das sieht man. Gut. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt gehen wir backen. So, damit ihr auch seht, dass ich die wirklich auch backe, nehm ich euch mal mit. So, ja, wir haben hier, stecken wir mal in den Backofen. Wir nehmen das Backpapier raus. Legen es an die Seite. Machen wir ihn zu. Drehen auf Umluft. 200 Grad. Lassen wir es mal ein paar Minuten vorheizen. In der Zeit trinken wir Kaffee oder was anderes. So, was wir uns auf jeden Fall noch besorgen, ist am besten ein Holzbrett oder eine Unterlage, die wir benutzen könnten. Wir können auch zum Beispiel Backpapier nehmen. Oder das Metallblech legen, ist auch okay. So, Backofen habe ich vorgewärmt. Damit ihr auch seht, dass es wirklich auch funktioniert und dass es kein, sag ich mal, ein Trick ist, derartiges. Werde ich die Kamera die 10 Minuten laufen lassen. Ich werde jetzt sehen, wie ich die Platine im Backofen backe. Mit ein bisschen französischen Rezepten. Und dann später werden wir die wieder zusammenbauen und testen. In der Regel ist es so, ich habe das schon an, ich zähle mal jetzt, vier Playstation versucht. Davon war eine Playstation FAT, die der ersten Generation, also die mit den vier USB-Anschlüssen und Kartenleseanschlüssen und etc. Die ziemlich heiß begehrte. Bei der war das so, die ging gar nicht an. Die funktioniert seitdem. Dann eine weitere, wo der gleiche Fehler wie jetzt war. Die habe ich auch gebacken. Und seitdem verwende ich diese auch. Bei zwei anderen war das so, einer hat es nicht geholfen. Da ist aber die Frage, ob das wirklich am Mailboard liegt oder jetzt am Netzteil. Ist aber nicht schlimm. Und an der dritten, da hat es funktioniert. Sie geht an, aber sie geht nachher Zeit auch wieder aus. Und da ist aber die Frage, ob das das Netzteil ist oder die, sag schon, die Wermail-Leitpaste nochmal ausgetauscht werden soll. Aber darauf kommen wir nochmal. So. Warm. 200 Grad. Ohmluft. Pizza de Plistiche 3. Backen wir jetzt rein. So. Stellen auf 10 Minuten und lassen es laufen. Wichtig ist, ab und zu mal hingucken. Ob da nicht irgendwie anfängt zu fackeln. Das könnte ja auch mal passieren. Lass die die Platine im Backofen, jetzt sage ich mal nicht alleine. Es hat immer eine Nähe. In der Zeit könnt ihr, beispielsweise, irgendwas vorbereiten. Beispiel die Wermail-Leitpaste, auf die Kühler draufpacken und solche Sachen. Die Zwirrchen gehen schnell rum. Glaubst mir. Ich lasse es jetzt mal laufen und bis gleich. Ich lasse es jetzt mal laufen. So, ich habe die Kamera nochmal neu eingestellt, weil ich es jetzt gesehen habe, dass sie, wie Beispiel, dass die Uhr ähnlich sehen konntet. Und jetzt, ne, seht ihr, es liegt bei circa 8 Minuten jetzt. Das ist eine Chance. immer wieder auf uns, was es geht. Alles klar. Bei uns. wir haben uns, nicht überlegenes. wie gesagt, dass ihr so weit ist, dass das Ganze jetzt in der Zeit Es wird so weit empfunden, dass der Zeit, so weit ist. esacey mit ihr, wie gesagt, dass ihr das Ganze mal ohne paperwork , wie gesagt, als ihr schaut, dass ihr das Ganze tun kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Man riecht schon einen komischen Geruch, also man riecht wirklich so, als würde so Plastik warm werden oder danach ein bisschen so stinken, also nicht diese typische Plastik, was gerade verbrennt oder am Kuckeln ist. Ja, so einen komischen, wirklich schwer zu beschreiben, so einen seltsamen Geruch. Was ihr noch braucht, ist, entweder Topflappen oder Handtücher, irgendwas, womit ihr gleich das Brett anfassen könnt, weil das Brett wird auch verdammt heiß. Ich benutze solche Gummi aus Silikonteilen. Wie meine Frau hat zwar zu viel Backen und solche Sachen benutzt, aber sie sind ziemlich ideal. Danach holen wir die Platine heraus, die lassen wir erst mal abkühlen. Sobald sie abgekühlt ist, bauen wir die wieder ein. Noch eine Minute. So, 10 Minuten sind rum. Jetzt holen wir die Platine mal raus. So, wie ihr seht, die Platine ist draußen und verdammt heiß. Jetzt stehen wir. Geht ab. Untertitelung des ZDF, 2020